Was ist das dann? Bruder Alter, das haben wir so gewaschen Was gewaschen, das ist der nächste Klobeste oder was? Lösch mal das scheiß Video jetzt, Alter! Lösch mal das scheiß Video! Lösch mal das scheiß Video! Hey, tschüss! Jo, was geht ab, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Ich bin heute mal mit meinen alten Videokameraden Die kennt ihr wahrscheinlich noch Vom einen oder anderen Prank Ihn haben gedacht, dass der Glatte verpasst Er musste Chili essen, wie war das eigentlich, Jungs? Hä? Auf jeden Fall, wir werden heute eine Challenge machen Einer von uns bekommt die Augen gebunden Die zwei anderen geben ihm was zum Schmecken Er muss erraten, was es ist Der Verlierer, der am wenigsten erraten hat Was es war, bekommt am Ende eine Strafe Was es für eine Strafe sein wird Werdet ihr zum Schluss sehen Und jetzt wollen wir nicht viel labern Viel Spaß mit dem Video, Freunde, Peace! Ja, ich übertreib mich, Junge, so wie bei euch Ganz normal zum Essen, Bruder Wir spielen nicht mit sowas, komm So Leute, jetzt bin ich dran, dafür möchte ich euch auch mal mitnehmen Warte, komm mal Das war am Ende nichts krasses, aber Ekelhaftes Nicht schlucken, weil das ekelhaft Du kannst kosten Nein, wie? Nein, das ist also nicht zum Essen, aber sehr ekelhaft Sowas wie Schaf und so, weißt du? Nein, warte mal, warte mal Ich höre es doch Nein, ich höre es doch Nein, ich höre es doch Probier Probier Mach auf Nicht schlucken Nicht schlucken Probier Was? Was? Was sagt du? Was ist die goldene, Alter? Ekelhafte, Alter Die haben irgendwas krasses gekauft Guck mal, ich hab euch nicht übertrieben Ihr übertret bei mir nicht Ja, oke Mach Mund auf Mach den Mund auf Mach dein Mund auf Mach stell schön dein Mund auf und nach oben Ja, lass ich hab Angst Wer wichser Mach mach Wenn du weit draugst, ne? Mach Mund auf Mach Mund auf Mach Mund auf Mach Mund auf Mach ich erst mal bisschen riechen Nein, mach Mund auf Hatte dich also, ne? Ne Mach die Mund auf Zuläch auf Hadi, mach Mund auf Gisch auf Schmeckt es! Schmeckt es! Was war das? Was war das? Das kann man auf jeden Fall nicht essen. Das essen nur Asiaten oder so? Was passt denn? Das war bestimmt hier, diese Knoblauchöl, ne? War das das? Ist das deine Antwort? Warte... Knoblauch... Knoblauchöl kann ich schon sagen. Das ist deine richtige Antwort. Was war das? Wer ist das? Das war der Geist. Ah, seit dem! Ich konnte das ganze sagen! Du bist blöd, Alter! Am Ende lassen wir kurz hier in die Küche. Oder Cesar, holst du das? Soll ich jetzt schon ein Binde drauf machen? Ja, lass drauf! Nimm mal die Kamera mit, Cesar! Okay! So, ihr habt gesehen, was jetzt passiert ist. Ne? Können Sie sich schon vorstellen? Sind Sie bereit? Ja! Sorry Freunde, dass wir hier ganz kurz unterbrechen. Auf jeden Fall müssen wir hier ganz kurz cutten. Also... Wir kamen, wollten mich pranken. Haben wir wieder in die Spießung. Er hat vergessen, dass er mit uns beiden eine offene Rechnung hat. Also wir haben uns Kunstblut geholt. Und ein Messer. Und sind am besten selbst. Genau. Warte, ich zeig nochmal die Kamera. Das ist jetzt kein Spaß, Leute. Das ist am Ende Dangerous. Warte, Zinn auf. Schön auf. Warte, 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 probier richtig. Zahn... Was ist das Zahnbürste, Alter? Was? Mach auf, warte. Zahnbürste. Was ist das, Lamm? Zahnbürste. Zahnbürste. Ernst, Alter. Ich verarsche, oder was? Wir haben gewaschen, Bruder. Wir haben gewaschen, Bruder. Aber keine Scheiße, Alter. Das ist ein bisschen von Esser, Alter. Nein. Esser ist auch deine. Wir haben hier gewaschen, Bruder. Warte, Alter. Warte, wir haben gewaschen, Bruder. Wie gewaschen, Alter? Wie dreckst du dich aus, Alter? Warte doch, Bruder. Das ist nicht dreckig. Ich guck doch, Alter. Hätte ich sauber gemacht. Was ist sauber gemacht, Alter? Bruder, Alter. Chill mal, aber... Warte, was? Chill mal, Alter. Lösch mal scheiß Video jetzt, Alter. Chill, Bruder. Was ist das für eine Blamage, Alter, ja? Chill, Bruder. Bruder, Alter. Sie haben es doch gewaschen, Bruder. Was genau? Hast du denn das Blechstadt-Klobürste, oder was? Lösch mal scheiß Video jetzt, Alter. Lösch mit dir. Lösch mit dir, Alter. Lösch mit dir, Alter. Scheiß Video. Lösch mit dir, Alter. Lösch das scheiß Video. Hey, chill, chill, chill. Chill. Lösch mit dir, Alter. Lösch mit dir, Alter. Hey, Bruder. Hey, Bruder. Guck, was passiert ist, Alter. Lösch mit dir, Alter. Lösch mit dir, Alter. Hey, chill, chill. Hey, Bruder, ist nicht echt, Alter. Warte, nimm mal sein Gesicht auf. Warte, oucha auf. Oh mein Gott, du bist so schön! Ich wohne bloße, ich wohne! Das ist silly! Wie silly melküiert! Kleiner Wichser, du hast ihn das erzählt! Was hast du noch erzählt? Kleiner Wichser Boah, hör mal, mein Herz, Alter! Siehst du diesen Gesicht aus? Den hatten wir auch mal! Hatten mal! Der Junge ist sowieso bitter, Alter! Zeig mal an die Kamera! Was macht ihr da, Alter? Das ist Hollywood-Style! War gut gespielt, ne? Ich bin raus, Alter! Ich hab die Zeit abgenommen! Leute! Machen wir die Challenge weiter? Ne, das machen wir! Alter! Ey, aber geil! Wollah, geil gemacht, Alter! Wollah, Ubi! Ey! Du, Wollah, gib mir Code! Setz dich rein! Wir machen direkt das Auto! Ey, Leute! Ich hab damit gar nicht gerechtet! Ey, mein Gesicht ist immer noch angeschwann! Ich! Geile Anziehung! Ich hab das erste Mal, dass ich geprankt wurde! Warte, viel mal hier meine Wankerung! Warte, viel mal hier meine Wankerung! Wie angeschön! Das wird ein Nachspiel haben, Leute! Wenn ihr wollt, dass ich die beiden aber nochmal richtig pranke! Lasst einen Daumen hoch da! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Haltet eine Chance, bitte! Und ja, das war's von uns! Bis zum nächsten Mal, Freunde! Peace! Peace!